Das ist gar nicht so schlecht. Also, schon interessant. Ja, 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 ja. Wir müssen irgendwie zu unserem kleinen Schabenfreund gelangen. Wir kriegen ja nach einiger Zeit immer Hinweise von den Charakteren, wo ich mich jetzt natürlich eher noch ungesehen habe. Ah, schade. Hat ja sein können. Hang on, Sam Junior. I'm coming for you. Sam Junior. Ja. Das alte Spiel ist, von dem wir durch unsere Selbstbewusstsein. Aha. Oh, come on. I was really starting to connect with that little Roachgrub, but now it's like I just can't reach him. Hang on, Sam Junior. I'm coming for you. Aber wie? Aber wie? Ist es heartwarming oder creepy? Wir können sogar rennen. Max got me that set of Mariachi frogs for my birthday. Grr, grr, grr. Hehehe. Ist immer wieder schön. Kennen wir ja schon. Ich bin jetzt ein Kaktus. Sie haben gesagt, ich könnte alles werden. Also wurde ich ein Kaktus. Hm. Ja. Kann ich denn irgendetwas damit anfangen, dass ich in dieser Form bin? Schabenfarm. Ja. Ja, aber wie komme ich denn an ihn ran? Das weiß ich eben nicht. Ich kann hier unten nichts machen. Hier verwandeln wir uns wieder. Ich wusste es. Max hat versucht mich zu zerstören. Glücklich habe ich genug Fudgie-Friezers geklappt, um eine Schokoladeimmunität zu bauen. Da sind wir aber immun gegen Kabel. Dann werden wir zu einem Staubsauger. Ja. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Hm. Ah, ne. Was machen wir denn? Ich meine, wir müssten ja zumindest irgendwas anfangen können. Die Teile steuern sich sehr interessant. Du musst den ganzen Ort anbringen. Hm. Können wir irgendwas in dieser Form anrichten? Also, finde ich schön, dass wir jetzt ein kleiner Roboter-Staubsauger sind. Die Steuerung ist sehr interessant. Äh. Äh. Ich glaube, wir kommen da gar nicht hin. Ich wollte, ja. Ich wollte mal da hin. Kann ich hier nicht irgendwas umrempeln? Umrempeln. Auch. Schade. Steuert sich sehr interessant übrigens. Ich gebe mein... Ich gebe mein Bestes. Ops. Hoppla. Auch. Ich räume einfach mal alles. Wird sie schon irgendwas tun? Oder eben auch nicht. Hier die Schokolade. Die Nüssig hätte ich gerne. Eine. Uh. Ah. Ah. Ja. Ein Hinweis. Und nun? Uh. Das reicht aber anscheinend nicht aus. Nehme ich mal an. Oh. Was ist passiert? Oh. Moment. Was ist passiert? Bringt das etwas, wenn ich hier noch öfter dran stoße, oder? Ja, ich gebe mehr Mühe. Was ist passiert? Hier in der linken. Vielleicht muss ich irgendwie nochmal von der Seite dran. Moment. Hang on. Help me! Ups. Oh well. Any Cockroach Foster Son of mine is plenty resilient enough to survive a good vacuuming. Sehr gut. Und nun verschwinden wir mal. Und was können wir jetzt damit anfangen? Ja. Ja. Uh-huh. Was ist das? Ein Schrauch? Echt. Das ist verrückt, weil es nur ein paar Stunden später war. Ja. 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 Ich werde so wunderschönen, dass ich das nicht hörte. Lass uns gehen und Max saveen! Jawohl! Ja. 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 Ich gebe mir Mühe. Wir müssen irgendwie noch die Arme in Bewegung kriegen. Da wären wir wieder. Ich gehe mal wieder hier in den Magen. Könnten wir auch mal wieder schauen, aber erstmal hier entlang. Hier müssen wir doch auch irgendwie weiterkommen. Ganz ruhig. Wir kümmern uns um Sam Junior. Okay, wir sagen jetzt einfach mal rechte Hand Kugel. Rechter Fuß, rechter Fuß. Nehmen wir das hier. Lechter Fuß. Wenn du so sagst. Sehr gut. Jetzt kommen wir irgendwo hin. Nein. Es ist jetzt mein turn. Wir müssen zwei mehr Kugel machen, um das manuelle Überraschung zu aktivieren. Da uns Max manipuliert, müssen wir natürlich das Falsche sagen. Also wäre das jetzt. Linke Hand. Rechte Hand. Okay, also wir haben einmal linker Fuß, linkes Bein. Rechte Hand, linke Hand. Dann müssen wir jetzt. Müssen wir jetzt auch die rechte Hand nehmen und auch die linke Hand. Linke Hand Speck. Okay. Entschuldigung. Naja, Hunde sind in Wirklichkeit gar nicht farbenblind. Ich glaube, die sehen, die sehen, wie viele Farben sehen die? Ich glaube, es gibt nur so ein paar wenige Farben, die Hunde nicht sehen können. Also die sehen durchaus in Farbe. Moment, Moment, Moment. Rechtes Bein Bombe. Ist das dann, also hier gibt es zweimal Hand und dreimal Bein. Ist es dann linkes Bein Kugel? Muss ich denn jetzt auch links oder rechts wählen? Ist ja ein Morgenstern. Also wahrscheinlich linkes Bein Kugel oder rechtes Bein Bombe. Eins von den beiden. Linkes Bein Kugel? Ja. Korrekt. Also muss ich auch noch die Seite invertieren quasi. Also ist das dann jetzt linkes Bein. Linker Fuß Morgenstern. Nicht einschlafen. Ich gebe mein Bestes. Okay. Linker Fuß Speck. Rechte Hand. Ja, es kann ja nur rechte Hand Morgenstern sein. Sehr gut. Endlich. Hurra. Glückwunsch geschafft. Bein Kugel. Rechte Hand, bitte. Rechte Hand, bitte. Rechte Hand. Rechte Hand. Was hast du getan, Sand? Die Arbs? Sie sind aus Kontrolle zu spasieren! Ich bin hit. Das war nicht so, dass es passieren. Error Error Ich bin so caught up in dich Error Oh nein! Der Radioaktiv-Brain-Core ist explodiert! Dein Kopf wird verlassen Und es gibt nichts in es Und du fragst dich, Wer hat die Döbben? Ja! Ein Däntger schießt dich mit einem Hatchet! Er wird in der Auto für eine Reise zu dem Vett! Oh, delicious! Sam! Du musst wundern! Was? Was ist passiert? Ich muss protestieren! Ich war ein sehr schreckliches Nachtmärchen! Die Radiation ist zu gefährlich für dich, Sam! Du kannst es raus! Evidently, Paperweight und ich sind mutterlich! Es sieht aus, dass du mit mir ein paar hundert Jahre bist, Paperweight? Ja, mein Master! Wir gehen zurück und versuchen unsere Studierungen. Aber du musst finden jemand anderes um diese Arm-Kontrollen zu operieren! Oh nein! Sam Junior! Bist du okay, kleiner Junge? Uh... Hallo! Ich bin ein Rauch! Wir können alles überleben! Ich habe nichts! So viel Attitude! Es muss sich um 10 Jahre zu erinnern! Wer weiß ich, wer zu Radiation ist? Also... Ja, Kakerlake! Magen! Ich gehe nochmal zurück in den Magen! Obwohl wir dort eigentlich nichts finden sollten! Zumindest... Nichts Neues! Ne... Ja, ja, immer noch die Gewürze! Okay! Ab nach oben! Echt super, wie Max Körper so funktioniert! Telefon! Es muss ein Cellular-Phone sein! Ach ja! Sofa! Sieht ganz komfortabel! Wahrscheinlich ist es, Sam! Ein kurzer Resspite von deinen Erinnerungen wäre die größte Reinvigorierung. Und du findest dich immer mehr anwendbar für investigatoren. Ich komme zu dir, Fake Max! Du und dein leckeres Thesaurus versuchen mich zu schlafen. Nichts tun! Ja, so ein kleines Nickerchen kann nichts schaden. Würdest du das schauen? Schöne Aussicht! Okay, wir gehen wieder zurück zu den Armen. Sam! Die Radiation! Du musst schon raus! Oh... Nevermind! Okay, das kennen wir ja schon. Ich muss das stoppen! Sind Sie alle gut, Sam Junior? Die Radiation kann mich nicht töten! Aber du schlappst die Eltern, Mike! Das ist mein Junge! Wir brauchen jemanden, die an die Radiation zu operieren, um diese Kontrollen zu operieren. Aber wer? Sam! Ich bekomme eine ungewöhnliche Spiegel- und Brainwave-Aktivität von Max. Hast du versucht, ihn zu kontrollieren? Nein, ich habe noch etwas mehr zu tun. Okay, Sam Junior. Ich möchte, dass du mich stolz machen und diese Arm-Kontrollen operieren. Ich bin dran! Hm. Hm. Das dauerte nicht lange. Was ist passiert? Ich habe nie gelernt, zu reden! Das könnte schwierig werden. Wenn ich ehrlich bin. Wo finden wir denn jetzt noch jemanden? So viele Leute haben wir ja nicht. Nö. Jemand, der lesen kann. Wo finde ich denn so eine Person? Ja, und eben jemanden, der immun gegen die Strahlung ist. Können wir denn nicht der Kakerlake irgendwelche Theroide geben? Hätte ja sein können. Wir können ja... Ja, ja, ja. Wie geht's, Sybil? Ich bin gut. Ich bin gut. Hörst du dich. Und das Gehirn. Na schön. Haben wir hier nicht noch? Ja. So, Max. Was machst du hier? Nicht viel, Bro. Du weißt, ich habe nur ein paar Stunden mit Rappen in, bevor ich in die Stadt gehe. Die Glocken arbeiten ist wichtig. Selbst wenn du keine haben. Wow. Max sieht ziemlich buff. Würde es sein, wenn ich ihn gefragt habe? Äh, ja, Mann. Also, ich kann sagen, dass ich dich verbrenne. Also, ich werde... Ich werde dir einfach schlafen lassen. Ich werde einfach mal auf, Max. Es sieht aus, wie du ein Buch schreibt. Würde du Hilfe? Was? Ich meine... Es sieht aus, wie du versuchen, Max zu kontrollieren. Ist das richtig? Ja. Ja. Wir haben alles unter Kontrolle, Mama Bosco. Ressalte Team? Assume Giant Max Form Go. Motor skills to full power. Neurons und Sachen alignen für Transphasal Plasmic Shift, oder so. Release Exhaust. Activate feet and legs. Manual override active. Go! Activate hands and arms. Ah, Sam. You have not unlocked the arms yet. All right. We can still walk around and stuff though, right? We suppose. If you don't mind shambling through the city, pointlessly smashing everything in sight. Can't think of a good reason not to. I wonder how Mama Bosco and Superball are doing. I should take Max back to the labs to check in. Okay, wir können jetzt anscheinend Max steuern. Gucken wir mal. Die Musik ist echt herrlich. Das ist das Problem. Francher Battery Park. Auch schön, dass hier einfach solche riesigen AA-Batterien rumstehen. Okay. Und wir können hier mal durch die Stadt laufen. Durch New York City. Finde ich auch sehr cool. Diese ganzen überdimensionierten Batterien hier. Und wir steuern mal wieder Max. Freut mich. Ist schon cool. Finde ich schon cool. Man muss sagen, Telltale, die machen ja schon sehr viele, beziehungsweise die machen einfach Spiele mit sehr hoher Qualität. Merkt man auch einfach unter anderem an Sam & Max. Die haben natürlich noch viele weitere großartige Spiele gemacht, aber hier merkt man mal wieder, dass sie wirklich großartige Spiele machen. Ich laufe hier die ganze Zeit außen rum. Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin muss. Durch New York City. New York, New York. Wo ist denn das Labor? Au. Wir wollten da ja mal hingucken. Versuche, mich gerade hier etwas zurechtzufinden. Bedroh, Boss, GoTag, Labore. Dannello. 2. 2.